Hallo, Servus, es ist wieder mal so weit, es ist Alt-Time, heute geht es auf den mittleren Abschnitt von Trostberg runter Richtung Waldanderalz oder Garching, ja genau, der Pegel schaut gut aus, ich glaube, das wird ein rechter Spaß. Ich fahre jetzt da volle drüber einfach, gnadenlos heize ich da jetzt durch, aber so gnadenlos. Boom. Guck mal, der steht, die ist eine Wildsau. Ja. Hahaha Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.